Servus Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben sich für den Kurzfilm To Beeper Shorts Film Noir entschieden. Bevor wir allerdings mit der Vorstellung beginnen, muss ich Sie mit den Hausregeln vertraut machen. Now listen to the house rules Dieser Film hat kein Ende, nur einen Notausgang. Wo der ist, könnt ihr selbst rausfinden. Unterhaltung aller Arten sind unerwünscht. No modern talking. Flüstern ist allerdings in Ausnahmenfällen erlaubt. Diese sind Herzattacken, Heart Attacks, der Lottogewinn, Jackpot oder eine platzende Fruchtblase, Explosion of the Fruit Balloon. So, wir beginnen nun mit den Startvorbereitungen. Passt. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und noch gute Unterhaltung. Denn jetzt kommt der absolute Hammer. Es war ein kalter Donnerstagnachmittag. Ich saß in meiner kleinen Detektivkanzlei in der Innenstadt Brezelings. Voller Tatendrang erwartete ich meinen nächsten Auftrag. Weil der letzte war eine lächerliche Suche nach einer Katze. Wer hätte gedacht, dass Katzen auf solch hohe Bäume klettern können? Auch wenn dieser Einsatz mir neue Erfahrungen gab, konnte ich damit nicht die 1000 Euro Kaltmiete zahlen. Mein Vermieter hat mir die Heizung abgestellt, weil ich mit der Zahlung hinterher bin. Ja, es war durchaus ein kalter Donnerstagnachmittag. Das Einzige, was meinem Körper und Herz warm hielt, war eine Tasse heiße Milch. Tut mir leid, Mr. Bieber. Aber hier draußen wartet ein Klient, der mit Ihnen spricht. Gott, wie oft habe ich dir noch gesagt, du sollst mich nicht in meinem inneren Monolog stören. Ja, aber... Halt's mal und ruf den Klienten rein! Okay, Sir. Gott. Wo war ich? Achso, ja. Alles änderte sich, als sie in mein Büro kam. Sie war eine elegante junge Frau, mit dunklen, langen Haaren, wunderschön grauen, schwarzen Augen und ein Kleid, dessen Farbe ich wegen der Schwarz-Weiß-Filter nicht erkennen konnte. Ja, wahrlich eine Frau zum Dahinschmelzen. Sie kamen zu meinem Tisch und fragten mich etwas, was meine Zukunft für immer verändern wird. Waren Sie jemals im Café Pfeffer in der Salzstraße? Die haben dort feine Kümmelbrötchen. Leider nein. Ich kann es nur empfehlen. Nur der Koch verursacht dort immer Brandschäden. Ich werde es mir aufschreiben, Madame. Wahrlich eine Stimme zum Dahinschmelzen. Mein Name ist Clara. Sie können mich auch gerne so nennen. Nein, danke. Ich bleibe bei, Madame. Das klingt cooler. Aber wir sind nicht in Frankreich. Das denken Sie. Wie Sie meinen. Hier ist der eigentliche Grund, warum ich herkam. Ein Hund? Huch, faltes Bild. Aber ist er nicht süß? Er heißt Klepper und ich habe ihn gestern auf der Straße gefunden. Er war in einem Vorgarten angeleint. Reizendes Tier. Einen Moment. Äh, hier. Ah, ein schlechter Haarschnitt. Ihr Name ist Ameth. Sie ist meine Schwester und ist vor kurzem verschwunden. Den einzigen Anhaltspunkt, den wir haben, ist der hier. Er lag in dem Zimmer von Annette und ich habe ihn noch nie zuvor gesehen. Ah ja. Damit hatte ich schon mal zu tun. Sie wissen also, was es damit auf sich hat? In der Tat. Das ist ein Schirm. Aber wissen Sie, dieser Schirm scheint sehr neu zu sein. Und was erkennen Sie das? Hier hängt noch ein Breitschild. Zudem, dieser Schirm scheint aus dem Schirmladen aus der Innenstadt zu kommen. Oh, was? Nein, Sie meinen doch nicht den Schirmladen. Doch. Der übelste und gewalttätigste Ort in der ganzen Innenstadt. Schirme und so. Was ein teuflischer Ort. Hier haben sich so manche Verbrechen abgespielt. Verbrechen, die jedem Mann eine Gänsehaut geben würden. Diebstahl. Mord. Das Erstellen von Mark Forster Fanfictions. Die Liste ist endlos. Nur zu schade, dass man denen nichts nachweisen kann. Sonst hätte ich diese Verbrecher schon längst im Bau. Ich ging also in den Laden. Ich bin da. Mr. Wiebe, wollen Sie einen Einkaufswagen mitnehmen? Verdammt schon, du hast es schon wieder getan. Aber ja, ich muss noch einkaufen. Also, wo ist dieser Mann, der uns angeblich im Fall weiterbringen soll? Na ganz einfach. Ich habe lange und sehr intensive Recherchen betätigt. Laut diesen befindet er sich in der Früchteabteilung. Die Früchteabteilung ist wie ein Schlachtfeld, John. Hier bekriegen sich die Mirabellen und die Pferde sicher bis auf die Knochen. Meinst du nicht er für sicher? Nein. Ihr drittigen Schweine, ihr wisst nicht, wie es ist, fruchtig sind, um klein zu sein. Halt die Fresse, du Fitschnitzel. Hm, also du bist derjenige, den man Kurt nennt? Wer sagt euch das? Na, Manfred Mann aus der Suppenabteilung. Hallo. Na gut, ihr hört mich. Wie kann ich euch helfen? Wir suchen diese Frau. Oh Gott, dieser Haarschnitt. Wir haben den Anhaltspunkt, dass sie in diesem Laden einen Schirm gekauft hat. Weißt du zufällig was davon? Mein Gedächtnis ist nicht mehr so das Feinste. Ich bin ja schon 23. Vielleicht kann ja etwas mein Gedächtnis wieder auffrischen, wenn ihr versteht. John. Hör mal zu, du Landstreicher. Anstatt hier den Früchten beim Dritten Weltkrieg zuzuschauen, kannst du mal deinen Arsch bewegen und uns Infos geben. Sonst komm ich mit meinen Brüdern an und wir machen dich zu Mirabellenpumpe. Bro, nicht cool. Okay, diese Frau kam letztens hier rein und hatte sich diesen Schirm gekauft. Sie meinte, sie wollte einen Barjungen im Nachtclub braunen Zucker damit klar machen. Brauner Zucker also. Das hätte ich mir noch gleich denken können. Dann wissen wir jetzt wohl, wo es weitergeht. Na dann, John. Lass uns losgehen. Holy fuck, Granatapfel. Deckung. Nachtclub brauner Zucker also. Mr. Bieber, ist es nicht etwas komisch, dass wir jetzt schon wissen, wo sich diese Frau aufhält? Ich meine, wir haben heute Morgen erst den Fall angenommen und... John, das hier sollen fünfminütige Kurzfilme sein. Ein längerer Fall würde diesen Rahmen sprengen. Ach, der war gut. Ja, okay. Fauler Sack. Mr. Bieber, ist es wirklich sicher, da reinzugehen? Klar, warum nicht? Vielleicht wegen den Wachen und Waffen um den Club? Hm, schwierig. Okay, John, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt ein krasses Manöver um die Waffen und Wachen herum. Hör genau zu, ich erkläre dir jetzt alle Einzelheiten dieses Manövers im Detail. Ja, ja, okay, ja, ja, verstanden. Nun gut, dann lass uns anfangen. Los! Hey, Sie, ja genau Sie, waren Sie schon mal traurig, emotional ausgelastet oder gar depressiv? Ja, dann tut es mir wirklich leid, also, dann kann ich Ihnen wirklich nur empfehlen, professionelle Hilfe aufzusuchen, also, denken Sie immer dran, Sie sind nicht allein. Aber jetzt was völlig anderes, von den Machern von Crystal Meth und Kokain. Nordrhein-Westfälisches Leitungswasser, ein Schluck und Ihr Tag ist gerettet. Aber hören Sie es nicht nur von mir, sondern von unseren Konsumenten selbst. Hä? Bruder, ich schwöre, das ist der geilste Drogendrip, den ich jemals hatte. Hier hören Sie es als erstes. Kaufen Sie jetzt NRWs größter Schatz. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Oh mein Gott, ich kann nicht fassen, dass dieses Manöver funktionierte. Ja, oder? Es war so riskant und so schwer auf die Beine zu stellen, ich werde es nie vergessen. Du hast recht. Mann, das muss man mit eigenen Augen gesehen haben. Diese Momente werde ich nicht vergessen. Also, John, das ist anscheinend der Eingang zur Haupthalle. Bist du bereit? Nein. Was zum Fick? So, so, so. Dann habt Ihr es endlich bis hierher geschafft. So lange hat es jetzt nicht gedauert. Schweig! Ich hab Euch jetzt endlich da, wo ich Euch haben wollte. Und Sie sind? Ich bin's! Oh Gott, wie ein schlechter Haarschnitt. Also, Du bist diejenige, die wir suchen. Aber warum das hier alles? Weil Ihr an dem Tod meiner Großmutter schuld seid. Hä? Ja, Ihr. Wie Ihr damals... Das heißt, als Ihr damals... Als Maul. Wie Ihr damals Ihre Katze gesucht hattet, rannte sie aus Angst auf einen Baum. Deswegen musste die Feuerwehr gerufen werden. Meine arme Großmutter. Sie stand unter der Katze. Und bei der Rettung fiel dieses Vieh auf meine Großmutter und sie starb. Wäre Dir nicht gewesen, wäre sie noch am Leben. Aus meinem Zorn entwickelte ich einen Plan. Ich verkleidete mich als eine schwarzhaarige und erfand eine Geschichte über meine Schwester. Also, warst Du diejenige, die uns den Auftrag gab. Ganz genau. Und nun werdet Ihr auf dieselbe Weise sterben, wie meine Großmutter. Hol den Karte! Ich werde diese Lache jetzt die ganze Zeit wiederholen. Verdammt! Wie sollen wir aus dieser Situation nur rauskommen? Ich weiß nicht, John. Jetzt kann es nur noch ein Wunder helfen. Mr. Bieber, hören Sie das auch? Ja, ich höre das auch. Warte. Das ist doch... Oh Gott, sei gnädig mit uns. Hallo, Professor Bieber, ein Typ mit der gleichen Stimme wie ich. Ich hoffe, wir konnten Euch weiterhelfen. Hallo, ich bin der Karte. 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 Ich bin der Karte.